Lissi kauft im Internet oft Sachen. Ihr Freund Herbert geht das auf die Nerven. Deshalb verlässt er sie. Aus Frust kauft sie noch mehr Sachen. Immer mehr und immer mehr. Nach einigen Tagen hat sie so hohe Schulden, dass sie die Rechnung nicht mehr bezahlen kann. Dann ist auch noch die Hausrechnung fällig. Als der Hauseigentümer bemerkt, dass sie das Geld nicht hat, schmeißt er sie raus. Durch ihre Kaufsucht, die sie im Internet aktiv auslebt, muss sie nun auf der Straße leben.